Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder Zeit für einen Tag und zwar einen für mich persönlich ganz besonderen Tag und zwar handelt es sich, wie ihr ja auch schon in der Überschrift gesehen habt, um den Booktube Tag und den hat sich die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland. Ich verlinke euch gerne einmal ihren Kanal und ihr Video dazu hinterm I. Nein, das I ist hier. Hinterm I und unten in der Infobox. Hab ich das gerade im anderen Video falsch gezeigt? Egal. Und unten in der Infobox schaut da gerne mal vorbei. Ich finde, es ist echt was sehr, sehr Besonderes. Also klar, jeder Tag wird irgendwann mal von jemandem ausgedacht, aber bei den ganzen Tags, sie so kursieren, die es auch schon viele Jahre gibt, kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen, von wem der ins Leben gerufen wurde. Und jetzt weiß ich halt, von wem der Tag ist und das macht es irgendwie für mich ein bisschen besonderer. Und ich freue mich sehr, die Fragen mit euch jetzt durchzugehen. Es sind, ich schaue zwischendurch immer mal wieder hier auf mein Handy, weil ich die Fragen dort abfotografiert habe. Es sind zehn Fragen und auch die schreibe ich euch gerne einmal unten in die Infobox. Dann könnt ihr entweder, wenn ihr auch einen Booktube-Kanal habt, das gerne auch machen, also diesen Tag machen. Fühlt euch alle getaggt? Und mir dann auch gerne schreiben, dass ihr das gemacht habt, damit ich das auch sehe. Dann kann ich mir sehr gerne anschauen. Oder aber einfach so in den Kommentaren, wenn ihr Lust dazu habt. Ich finde, manche dieser Fragen sind echt sehr besonders, wo mich die Antworten sehr stark von euch interessieren würden. Genau. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel... Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Video und hoffe, ihr findet es auch irgendwie interessant. Genau. Starten wir mit der ersten Frage. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Schauen von Booktube-Videos? Also ich kann da gar nicht so eine konkrete Zeitangabe machen. Ich muss sagen, am Anfang, als ich Booktube entdeckt habe, so vor vier, fünf Monaten ungefähr müsste das gewesen sein, Anfang des Jahres war es, das weiß ich nicht, das ist schon fast Februar oder so, habe ich Booktube entdeckt. Da habe ich schon wirklich sehr, sehr viel Booktube auch geguckt. Vor allen Dingen habe ich auch, wenn ich einen Booktube-Kanal entdeckt habe. Häufig, je nachdem wie viele Videos es waren, mir auf, also diese Playlist geöffnet, wo alle Uploads sind und mich dann da so ein bisschen durchgescrollt und immer mal wieder, wenn mich ein Video interessiert hat, mir das angeschaut. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich meinen Konsum ein bisschen heruntergefahren. Auch aus zeitlichen Gründen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade noch Semesterferien. Da ging das alles klar. Mittlerweile habe ich sehr viele Dinge zeitgleich zu tun. Da kann man leider nicht mehr so viel Booktube schauen und ich bin dazu übergangen, häufig Videos zu gucken, während ich andere Dinge mache. Also beim Essen, ich wohne alleine, also ich habe jetzt auch keinen, mit dem ich mich sonst unterhalten könnte. Beim Essen, beim Haushalt, also wenn man Wäsche aufhängt und so weiter und so fort. Und immer mal wieder als kleine Uni-Lernpause zwischendurch. Also ich schaue sehr, sehr gerne längere Videos, damit ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Stunde Haushalt mache, mir eine Stunde lang ein Video anschauen kann, ohne meine Zeit nicht zu verplempern, aber während ich eigentlich Hausarbeiten machen müsste, noch mal ein neues Video rauszusuchen. Das zieht man dann ja auch sehr in die Länge, welches Video man als nächstes gucken möchte. Oder aber diese kleineren Videos, die ich dann gut als Pause zwischendurch nehmen kann. Ich mache es aber für mich so, ich habe eine Playlist, die ist aber privat gestellt, weil ich habe sonst verwirrt euch das, wo ich immer, wenn ich viele, viele Videos auf einmal an bestimmten Tagen in meiner Abo-Box entdecke und die aber nicht alle zeitgleich schauen kann, wo ich dann die einfach in diese Playlist hinzufüge. Und immer, wenn ich mal Zeit und Lust habe, dann schaue ich daraus zwei, drei Videos und lösche die. Und ja, so ist das so ein stetiges Gehen und dass ich nicht das Gefühl habe, ich, weiß ich nicht, habe den Lesemonat von XY noch gar nicht gesehen und das ist schon zwei Wochen unter diesen ganzen Angaben vergraben. Gerade so Formate wie Lesemonate, da ballert das ja jeder raus und da kann man manchmal, also ich kann da nicht alle auf einmal gucken. So viel Zeit habe ich nicht und so teile ich mir das dann so ein bisschen ein. Also in Stunden kann ich das gar nicht richtig zusammenfassen. Genau, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu jeder Frage so viel, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Welches Buch ist als letztes dank eines Booktubers oder Zuschauers auf deine Wunschliste gewandert? Bei mir sind letztens erst ganz, ganz viele Bücher auf meine Wunschliste gewandert und zwar unter dem Video, wo ich meine 20 für 2020 Liste vorstelle. Da habe ich nur 15 Bücher vorgestellt und fünf Plätze quasi frei für eure Empfehlungen offen gelassen und da haben ganz, ganz viele mir super viele liebe, nette Empfehlungen drunter geschrieben. Ich habe mich da auch schon bei allen so durchgeguckt und ich habe mich noch nicht final entschieden, welche fünf Bücher denn jetzt zu dieser Liste noch dazu sollen, aber auch so ganz viele tolle Empfehlungen. Also wenn sich irgendjemand von euch für Einzelbandempfehlungen interessiert, schaut einfach mal in den Kommentaren unter dem Video, da gibt es ganz viele. Das wollte ich jetzt aber nicht nehmen, weil ich es irgendwie komisch fand, dann ein Video daraus nur zu nehmen, ein Beispiel nur daraus zu nehmen. Deswegen habe ich mich für ein Buch entschieden, was ich auch schon hier habe und zwar ist es Finde mich jetzt, ich halte es mal so ein bisschen so, damit das Licht nicht spiegelt, von Katinka Engel und das habe ich letztens in einem Video, das Video ist schon ein bisschen älter, wie gesagt, ich schaue mich dann manchmal auch gerne durch ältere Videos von den Booktubern dann durch auf dem Kanal von Sarah von A Curt of Wanting Books. Auch ihren Kanal verlinke ich euch gerne oben hinterm i und unten in der Infobox. Und wenn ich das Video finde, gerne auch nochmal das Video. Da hat sie auf jeden Fall so, so sehr über dieses Buch geschwärmt. Ich meine, das war auch im Rahmen eines Vlogs, also man hat, also sie hat uns auch so ein bisschen beim Lesen mitgenommen und sie hat so davon geschwärmt und dann sah das Cover so schön aus und es klang so gut, es ist so eine New Adult Geschichte, aber nicht ganz normal. Also das Besondere an dieser Geschichte ist, dass der Hauptprotagonist unschuldig schon mal im Gefängnis saß und jetzt quasi neu in die Welt eingegliedert wird und die Protagonistin ihn halt so ein bisschen auf diesem Weg begleitet. Das ist so ein bisschen das Besondere, würde ich an dieser Geschichte sagen. Und ja, ich freue mich schon sehr, dieses Buch zu lesen und es ist vor kurzem erst bei mir eingezogen. Genau, ich lege das mal hinter mich. Generell, Sarah schwärmt immer so krass von diesen Büchern, da muss man gar nicht wissen, worum es inhaltlich geht. Das ist einfach ihr Enthusiasmus, das kommt so rüber. Also das ist, ich weiß auch nicht, dann bin ich auch direkt begeistert und möchte dieses Erlebnis unbedingt auch haben beim Lesen. Das macht sie echt grandios. Ja, da habe ich schon sehr viele Bücher auf meine Wunschliste von gepackt. Hat sich dein Leseverhalten durch Booktube verändert? Naja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, durch Booktube habe ich überhaupt erst wieder angefangen zu lesen. Bei mir war es so, dass ich als Kind und als Jugendlicher schon relativ viel gelesen habe, aber so mit Beginn der Oberstufe, Berufskolleg, wo ich dann auch angefangen habe, ein Jahrespraktikum zu machen, also immer, jetzt auch mit dem Studium, hat das so aufgehört. Also ich habe es bestimmt die letzten fünf, sechs Jahre nicht mehr so intensiv gelesen. Und dann irgendwann, durch Zufall, ich kann mich schon gar nicht mehr bewusst daran erinnern, aber irgendwann ist mal so ein Booktube-Video bei mir auf der Seite für vorgeschlagene Videos gekommen. Und dann bin ich in diese ganze Welt eingetaucht und dann hatte ich wieder richtig, richtig Lust zu lesen. Also im Prinzip hat Booktube mein Leseverhalten überhaupt erst ermöglicht. Also vorher habe ich so gar keine Bücher, also ich habe sehr viel Sachbücher oder so zwischendurch mal gelesen, aber jetzt nicht diese ganzen Geschichten, die ich jetzt lese. Ja, das hat Booktube eigentlich erst wieder so ins Rollen gebracht, kann man sagen. Also ich bin sehr, sehr dankbar dem YouTube-Algorithmus, warum auch immer er mir dieses Video vorgeschlagen hat, aber es hat eine neue Welt eröffnet. Ich meine, sonst säße ich jetzt auch nicht hier. Welchen Booktuber hast du als letztes abonniert? Welchen hast du neu entdeckt? Und da kann ich euch einen super, super süßen Kanal vorstellen. Ich gucke noch mal einmal kurz nach, wie sie heißt. Ganz wirklich, wirklich sehr, sehr frisch ist sie erst dabei. Ich schreibe mal kurz in meinen Abos nach. Sandra's World of Books, so heißt ihr Kanal. Und sie ist wirklich ganz, ganz frisch. Es gibt, glaube ich, auch noch nicht so super viele Videos. Das erste Video ist vor zwei Wochen auf diesem Kanal online gegangen. Also schaut unbedingt, unbedingt, unbedingt mal bei ihr vorbei. Weil sie ist so, was man von den Videos her sagen kann, so ein lieber und herzlicher Mensch. Und sie ist so ein sehr besonderer Buchstil zu lesen. Vor allen Dingen, wenn ihr euch für englische Bücher interessiert, beziehungsweise Bücher gerne in der Originalsprache lest. Sie liest nämlich die Bücher meistens in der Originalsprache. Und das sind nun mal sehr, sehr viele englische Bücher. Und das hat mich schon sehr dazu inspiriert, ja, auch mehr mir Gedanken darüber zu machen, eventuell Bücher in der Originalsprache englisch zu lesen, weil man ja nicht so genau weiß, was so vom Stil, vom Schreibstil her bei einer Übersetzung verloren geht und was verändert wird. Und genau, also sie habe ich erst letztens abonniert. Und es ist auch auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Schaut da gerne mal vorbei. So, jetzt geht es aber weiter mit der nächsten Frage. Fünftens. Welche Formate drehst du am liebsten? Ich glaube, ich drehe sehr, sehr gerne Lesemonate. Einfach, weil ich da sehr gut schon über die Bücher reden kann. Also ich berichte euch gerne, wie mir die Bücher gefallen haben und sage dann meine Meinung dazu und erfahre vor allen Dingen auch gerne eure Meinung dann in den Kommentaren, dass man sich so ein bisschen darüber austauschen kann. Ich drehe aber auch sehr gerne Vlogs. Einfach, ja, es geht zwar vermehrt drin um die Bücher, aber ich habe auch früher schon sehr gerne für mich privat kleine Videos gedreht, wenn irgendwie ein besonderer Urlaub oder so war. Und ich schaue mir das einfach auch so nach Jahren nochmal an. Also das ist sehr schön als Erinnerung. Das mag ich auch sehr gerne. Neuzugänge finde ich auch immer sehr spannend. Tags, jegliche Haare. Eigentlich drehe ich alle Formate sehr gerne, weil wenn ich sie nicht mögen würde, würde ich sie nicht drehen. Ganz einfach. Also ich drehe es ja nicht, weil man das so macht, sondern weil ich das gerne so machen möchte. Genau, also eigentlich alles, was ich bisher so gedreht habe. Ich habe auch noch ganz, ganz viele Ideen. Welches Buch hättest du ohne den Einfluss von Booktube wohl nie gekauft? Und da habe ich mich für die sieben Schwestern von Justina Wiley entschieden. Das ist ja ein eher historischer Roman. Also er spielt ja auf zwei Zeitebenen. Also einmal in der Gegenwart und einmal in der Vergangenheit. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man das so historischer Roman sagen darf. Oder nur mit historischen Elementen. Und ich glaube, diese Reihe generell historischer Romane eher in die Richtung, hätte ich mir, glaube ich, nicht näher angeschaut, wenn ich so viele von diesem Buch vorgeschwärmt hätte. Ich glaube, Justina Wiley ist in diesem Bereich auch eine Vorreiterin, also die sehr, sehr viele Bücher und sehr, sehr gute Bücher in diese Richtung von Genre geschrieben hat. Und ich denke, sonst hätte ich mir dieses Buch wohl nie zugelegt. In diesem Buch geht es um, obwohl der Titel sieben Schwestern sagt, es geht um sechs Schwestern, die alle von ihrem Vater adoptiert wurden, beziehungsweise sich halt einen adoptiven Vater haben. Und als der plötzlich verstirbt, hinterlässt er jedem der Mädchen Koordinaten von ihrem eigentlichen Geburtsort und lässt denen somit die Freiheit und die Möglichkeit, ihre Heimat, ihre Herkunft zu erforschen. Und in jedem Buch kann man dann jemand anderen begleiten. Und in diesem ersten Teil begleiten wir Maya nach Rio de Janeiro. Und dort forscht sie, wer ihre eigentlichen Eltern sind. Und genau, man erfährt dazwischendurch immer noch ein bisschen was aus der Vergangenheit. Und mir hat dieses Buch wirklich mega, mega gut gefallen. Ich gucke nochmal kurz, wie viele Sterne. Vier Sterne habe ich dem Ganzen gegeben. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es in den weiteren Teilen so weitergeht. Und Teil zwei ist ja auch auf meinem One-to-Read für diesen Monat. Genau, aber ich denke, sonst hätte ich mir diese Art von Büchern nicht angeschaut. Also es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, wenn man auch eher so von diesen ganzen historischen Romanen, die komplett nur in der Vergangenheit spielen, noch so zurückschreckt. Das ist so ein gutes Mischding, könnte man sagen. Siebtens. Ein Buch, das von vielen Buchtypern gehypt wird, dich jedoch kalt lässt. Da ist mir jetzt spontan, ich kriege nicht so viele den Hype meistens mit, aber spontan ist mir da Verity von Colleen Ruber eingefallen. Ich habe das auch nicht hier, ich kann euch das auch nicht einblenden. Ich weiß gar nicht, wie das technisch funktioniert. Aber ich denke, vielen von euch ist dieses Buch ein Begriff und ihr wisst auch, wie dieses Cover aussieht. Und von der Geschichte her ist es, glaube ich, nicht so ganz meins. Also Colleen Ruber ist für mich eher die Liebesromanschreiberin, wo man ganz viel Herzschmerz bekommt und weniger die Krimi, Thriller, Angst, Spannungsautorin. Deswegen also vielleicht, ich weiß nicht, aber ich will es jetzt nicht komplett ausschließen, ob ich mir dieses Buch jemals anschauen und anschaffen und durchlesen werde. Aber bisher denke ich eher, dass dieser Hype mir vorbeigehen wird. So, damit kommen wir auch schon zur neunten Frage. Beziehungsweise es ist eher ein Satzanfang. Und zwar, Booktube ist für mich... Und dann kann man den Satz jetzt vollenden, beenden. Und ich glaube, Booktube ist für mich eine sehr schöne neue Welt, die ich erkunden darf. Die viel von Freude miteinander, geteilten Leidenschaften, das Reden über Bücher, Begeisterung, Empathie. Die, ja, einfach sehr, sehr viel Zusammenhalt und einfach ein sehr, sehr schöner Wohlfühlraum ist, wo man sich gut fallen lassen kann, wo man sich einbringen kann, wo man sein kann, wer man ist. Wo man gleichgesinnte findet, sich austauschen kann. Ich kann es gar nicht in einem Satzende zusammenfassen. Booktube ist so viel mehr, als ich am Anfang dachte, dass es wäre. Es ist so viel mehr, als nur irgendjemand lädt Videos hoch und redet über die Bücher. Es lebt wirklich von diesem Austausch untereinander. Und das ist ganz, ganz grandios. Genau, wenn ihr nur eine dieser Fragen beantworten wollt, dann würde mich das, glaube ich, am meisten interessieren. Was ist denn Booktube eigentlich für euch? Beendet gerne mal den Satz unten in den Kommentaren. Und die zehnte und letzte Frage ist, Best of mein liebstes altes Video. Diese Frage richtet sich, glaube ich, eher an Leute, die schon sehr lange dabei sind. Also mein letztes, altes, also mein ältestes Video, das ist ja von März oder so, also es ist ja noch nicht wirklich alt. Aber ich würde sagen, vom Standpunkt jetzt, das Video, was mir so am meisten Spaß gemacht hat und was irgendwie was Außergewöhnliches ist, ist das Want to Read vom Monat Mai. Was ich ja zusammen mit der lieben Jackie vom Kanal Jackie's Letter Love gedreht habe. Einfach, weil mir das im Vorhinein schon so viel Spaß gemacht hat, da gemeinsam die Bücher für den anderen auszusuchen und dann auch nachher, im Nachhinein jetzt im Austausch darüber zu sein. Genauso kann ich aber auch da das Tauschpaket nennen. Also ich glaube, bisher haben mir so diese Videos am meisten Spaß gemacht, wo so viel untereinander passiert. Auch dieses 20 für 20, wo ihr so viele Empfehlungen mir gegeben habt. Das sind so die Videos, die ich glaube ich am liebsten mag. Genau, damit sind wir auch schon am Ende von diesem Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht irgendwie was Schönes für euch mitnehmen. Und genau, jeder, der möchte, wie am Anfang schon erwähnt, kann diese Texte sehr gerne machen, dass möglichst viele Leute ihn sehen und dann teilnehmen. Und genau, das war es dann auch wieder für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!